Austin, da sind sie ja. Ich bin hier, um die gute Nachricht zu überbringen. Mini-Me hat die... ...Seiten gewechselt. Ah! Oh! Tut mir leid, alter Junge. Tut mir leid. Weißt schon. Sorry. Willkommen an Bord! Kleiner Warzrutscher. Wie war das? Hören Sie, lassen Sie es einfach raus. Nein, ist schon gut. Es ist okay. Alles in Ordnung. Wir könnten besser zusammenarbeiten. Warze! Verdammte Warze! Wir sollen nicht über die verdammte Warze sprechen, aber die verdammte Warze springt mir ins Gesicht! Ich schneid sie Ihnen ab zur Haxi und mach Leberwurst raus! Besser? Ja. Okay, ja.